Wir haben ein neues Spielzeug, Scrembler 1100 Sport Pro, ist gerade die Woche gekommen, lassen wir nächste Woche zu, das ist sogar unser Demo-Fahrzeug, wo ihr vorbeikommen könnt und da erstmal Pro fahren könnt, das ist aktuell die sportlichste Variante von dem 1100 der Scrembler produziert worden ist bis jetzt. Wir haben hier das Ö-Dienst-Fahrwerk drin, so wie das damals in der Scrembler 1100 Sport auch schon verbaut war. Hier dann mit einer neuen Ausdruckanlage, eine andere Sitzbankkombination und einen deutlich flacheren Lenker, um noch so ein bisschen mehr Richtung Caffeeracer zu gehen mit dem Motor. Also bewusst nicht die hohe Lenker Haltung, sondern ein bisschen niedriger. Ist trotzdem noch super bequem, der Bruder macht tierisch viel Spaß, klanglich super schick und sehr, sehr pur mit dem Zwei-Ventiler, luftgekühlt, also wirklich noch ein sehr, sehr ursprüngliches Motorrad. Der Christian fliegt mit euch einmal rum. Ich wollte heute eigentlich auch gar nicht so viel zu dem Fahrzeug erzählen, ich möchte es euch nur einmal kurz zeigen, weil es wirklich ganz frisch gekommen ist. Wenn ihr Bock drauf habt, ruft mich an, macht einen Termin oder schreibt eine Mail und dann könnt ihr das Teil mal Probe fahren. Vielleicht fahre ich es auch noch mal ein bisschen ausgiebiger und berichte dann dementsprechend nochmal dazu. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020